Und heute wieder Einzelkampf-Action! Wow! Cool! Also Typen will sich echt einen Vorteil. Ich hab bloß nicht so geile Zeug jetzt. Määäh! Ja komm, Slush-Pomp einfach mal drauf. Jo! Immerhin Poison bekommen! Das war jetzt auch gar nicht mal so krass, was er da gemacht hat. Ihr wisst was? So ein schiesige Sandwolf voll, damit er das gar nicht mehr trifft. Miraka aus! Ich hab dich gehabt! Wetten, jetzt tauscht er einfach aus. Nö, ich schieße jetzt weiter Samsono drauf. Wieso trifft das einfach trotzdem so? Ist mir jetzt egal, ey. Mach jetzt mutter so weiter. Hallo, wieso trifft das die ganze Zeit? Okay, dann greife ich doch nochmal an. Ich bin hoffen, dass er jetzt so nicht trifft. Jo! Dann müsste jetzt der nächste Treffer auch reichen... Nö, reicht es nicht. Weil ich nicht drauf geachtet habe, wie viel Prozent das sonst immer warnt. Nö. Naja. Der Käfer-Sammler-Kaib. Nö. Nö. Da kommt auch so ein, ja... Gift-Ding da. Aber wir gucken mal was wir dagegen haben. Nämlich hab ich da noch nicht reingebucht in die Attacke. Nö. so gute sachen habe ich nicht oder das gefällt mir eigentlich ganz gut es hat bestimmt ganz gut rein also ja fresh nichts gekonnt noch mal los ramot vor allem warum habe ich das rahmen der ist keine idee die kiefer beide machen sich jetzt nicht so glücklich viel das heißt ich sehe auch keinen grund auszutauschen bis auf die tatsache dass ich jetzt durch die fucht da natürlich verwirrt bin kann er denn überhaupt oder er muss doch nicht levitate haben oder ich weiß nicht ob die fähigkeiten müssten eigentlich auch vertauscht sein ja komm ich probiere es die fähigkeit muss sie ja nicht unbedingt haben deswegen probiere ich sie jetzt auf das drüben trotz schwebe natürlich funktioniert das das ist die 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 einfach obwohl verdammt nein jetzt macht er sowieso spiky shield ja warum sollte er auch wieder angreifen kann wie schnell ist es 181 das ist schneller aber würde es ausreichend das tue ich auch wenn ich jetzt tatsächlich mal was sinnvoll wieder reigenwechselt was schon sterben die na okay ja ich bin stelle ich bin stelle und wieder die vergiftung aber leider war es jetzt ist auch wirklich mal hier und haben alles geil und gut ich könnte hier wird irgendetwas besiegen so schreck wie die verteidigung ist aber ich will trotzdem die effektive attacke machen ruhig warum auch nicht der das tinkt er jetzt mega hart aber es hilft nichts ach so das war eine attacke die recoil schaden macht ich dachte sie senkt die die initiative dann ist es ja nicht so schlecht da kann ich auch immer ja welche taktik verfolgt er jetzt sagen das frage ich mich er muss echt verzweifelt sein wenn er jetzt punkt man reiche mit vier fach schwäche gegen es kann es kann nur noch weiter willkommen egal was jetzt kommt vielleicht der wasserträger einfach geworden war auf teil hätte ich hier an zu bieten welchen schneller theoretisch ich habe auch getrost rausnehmen was wieso kann das drachen kann es ist ja hier entschieden hätte sich jetzt auch weiter wussten würden hier habe ich auch was gutes dagegen weiter fühlen ist ja ja mama kommen denn der drachenschlechter oder die drachenschlechterin wir müssen auch recht bleiben vom geschlecht schlechte den drachen er tropft so eklig ne jetzt kann jetzt nicht so gerne sachen eigentlich würde ich jetzt schon fast benden würden hier die sanität hier ich kann doch nicht mehr raus wieso nicht irgendwas verhindert wieder dass ich rausgehen kann was soll es kann nicht rausgehen also bleibt mein auch dort unten hat er nicht letzte Runde auch schon OV OV ist lustig OV konnte ich jetzt einfach ohne Runde ja Recover hat es gerade eingesetzt ist mir gerade aufgefallen erst das ist schlecht ich muss jetzt hoffen dass mein Mutti mich in den richtigen Bereich bringt ja so nicht Stormthrow ooooh ooha ja toll jetzt versucht er sich hier massiv gegen zu heilen bis ich mich hier in den Tod stürze oder also ich ziehe ihm jetzt prinzenpill mehr ab komm schon ja der Angriff ist ja jetzt ist es vorbei glaube ich wenn jetzt der Angriff nochmal joh 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 bis zum nächsten Mal tschau joh joh joh